The applause, applause, applause Give me that thing that I love Put your hands up and come touch Give me that thing that I love Put your hands up and come touch Hallihallo und ein herzliches Willkommen meine Lieben zurück bei Eclipse Natürlich der Lazy Lars ist mit dabei Guten Tag, guten Tag Und ihr seht schon, hier hat sich ein bisschen was verändert Ich zeige euch das mal ganz kurz Und zwar war ich offscreen ein bisschen farben Also hier ist das Dreckhäuschen Dann bin ich einfach hier runter gegangen Weil ich ja ein bisschen Stein und so brauche Das habe ich jetzt einfach kurz angepflanzt Damit überhaupt was zum Futter da ist Und zwar ihr seht, ich habe einiges schon geholt Ich habe ein paar Diamanten gekriegt Ich habe ein Diamantenschwert gemacht Eine Brustplatte und eine Leggings Und ja Ich habe einige Höhlensysteme hier unter der Dingensen gefunden Dingensen, alles klar Ops, verkehrte Richtung Ja Auch nicht schlecht Also ihr seht, ich bin echt immer noch so verwirrt Deswegen, ja Ich habe dann gestern überall Schilder hingemacht Damit ich ja nicht verpatzt Ja, weil du auch Bilder hingemacht hast Schilder, nicht Bilder Du hast Bilder gesagt Oh, sorry Also hier steht Heimweg Hier geht es nach Heimweg zurück Ich kann nicht lesen Und hier geht es zur Schlucht Da möchte ich jetzt eben Moment Hier rum Was ist das hier überhaupt? Beeren Ich habe Beeren Aluminiumbeeren Du glaubst, es ist nicht gesund Wenn die aus Aluminium sind Ähm Ich versuche mal hier das Mein Mutter hat mir mal gesagt, warum Aluminium zu essen Ja, genau Ähm Äh 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 Licht Boah Wasser Ohne Schein Wie Wie viel ist denn da Nein Hä, Leute Ich komme hier nicht hoch Ich mache dich zu Alter Willst du mich verarschen? Hat es jetzt funktioniert? Gut Nein Geht zu Das gibt es doch nicht Doch, es flacht ab Es flacht ab Ach Gott Und dann wäre es aber weitergegangen, glaube ich, oder? Hier geht es auch noch weiter Hat es irgendwas Gutes freigespült? So, hier haben wir noch ein bisschen Eisen Oh, soll ich sagen, noch eine Wasserquelle, wollte ich? So So Kohle, Kohle, Kohle Kohle, Kohle Wir wollen jetzt nicht damit anfangen Kohle, Kohle, Kohle Nein Schub die du Aus Hier geht es weiter So Wann machen wir den hier Ähm Weiß ich, weiß ich, weiß ich, weiß ich Seht Da, da Da, da Da, da, da Und wir haben eine Sackgasse Ja Passt doch Bitte ein Schildchen Achso, ich habe keine Schilder dabei Verdammte Scheiße So, Sackgasse Ja, ähm Schilder machen ist eigentlich immer ganz gut von Vorteil Okay Ich habe gestern einmal keine Schilder gemacht Und bin, da, habe mich dann echt verlaufen Das ist nicht so gut Gut Ja, einmal Gold Einmal kurz abbauen Hast du das jetzt hier freigeschaufelt oder was Oder war das schon offen Ich glaube, das war schon offen Ich versuche mir, um das Wasser abzuklemmen Äh Ist das eine Menge Wasser, das Alter Guck mal, ich kann Bock auf Ich brauche das ganze Loch Aber warte Wenn mir da geht es da weiter Dann müssen wir doch da mal hin Wenn wir da gucken Aber ich sollte mal was essen nebenbei Weil hier ist nämlich nichts mehr Wir müssten dann dorthin Aber das war nicht die Schlucht, was ich gestern Waaah Wie wir gesehen haben Ja Ja Und zwar ging das in eine richtige Schlucht mit Lava und so Was hast du jetzt Da war eben auch ein Schild mit Schlucht Hier geht es noch rein Was haben wir hier Nein Nichts Okay Eisen Okay Mein Eisen Was haben wir hier Ach, da gehen wir wieder zurück Okay Schlucht Dann müssen wir hier entlang Okay Und da kommen wir wieder Hä, zurück Äh Ich bin ein bisschen verwirrt Verwürt Da unten war die Sackgasse doch Hä Ich war einfach Wer Guck, genau das ist es Weil ich dann Ja, wir haben uns schon verlaufen Nice Ne, ne, ne Äh, hier geht es zurück Nein, wir haben uns natürlich nicht verlaufen Hier war ich gerade eben Sollen müssen Aber wie geht es dann hier zur Schlucht Äh, Schlucht Ja, ohne Scheiß Ach, hier 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 Durch den kleinen Spalt Ja Ich wusste ja, irgendwo geht es ja weiter Oh Ja Ja Achtung Oh, Gott Jetzt wäre ich bei einer selber runtergefallen Ja Ah Nicht weiter unten Das Lava Scheiße Ich wäre fast eingefallen Mach doch sowas nicht Herz entfakt Ist da noch mehr Sachen unten? Also geht es da noch weiter? Ich will es nicht herausfinden So oft habe ich meine Sachen in der Lava verloren Ach, ich bin auch so ein Held davon So ist es nicht So Jetzt sollte man aber halt irgendwie Mal was finden In welche Richtung sind wir jetzt gekommen? Von der Richtung, ne? Ja Hier sind Also ich habe immer die Angewohnheit Rechts die Fackeln zu setzen Wenn ich irgendwo hingehe Okay Ich habe die Schlucht, ne? Ja Deswegen Das war ein großes Ding Deswegen, ja Ähm, die Sache ist Fangen wir von oben an Fangen wir von unten an? Ah, du bist unten Okay Ich sehe Dias Meine Meine Dias Ich habe auch keine Es sind zu viele Erschreckt Blöde Kuh Wenn du mich in die Lava gestoßen hättest Wärst du schon nicht gefallen Keine Sorge Nein So Was haben wir hier? Ich habe die Lavaquelle gestoppt Komplett Dass hier so wenige Vieches sind Wundert mich Ja, okay Diamanten sind wirklich nicht mehr so Ja Gut Trotzdem braucht es Das sind keine Diamanten Das ist Tin Erz Oh Mann Jetzt hat er sich so gefreut Aber das sind Diamanten Äh, Dias wachsen auch überall Also nicht mehr auf, ähm Höhe 14 Sondern überall Ja Jetzt habe ich wieder vier Diamanten So bekommen Kohle, Kohle, Kohle So Noch mal hier mal weiter Ich müsste mir ein Eisenkohlen bauen Was haben wir hier? Ach, noch mal solche komischen Dinger Was ist das? Was ist das? Was? Achievement Not of this world Das Ding da hinten ist meins Pfoten weg Was? Ah, 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 ah Ne, sollst auch was haben Was ist das denn? Dier Ähm Ach, Quantum Dust Ich nehme den mal mit Ja, das ist das Ding Was ich ja eben habe Obendrüber ist nochmal eins, gell? Noch ein Oh mein Gott So, hier haben wir einmal Lava Komme ich da hin? Hipp Hipp Nein Wir haben momentan immer noch Überlegen, ob ich streamen soll Äh, ja Ähm Wird auch bei mir passieren Aber da warte ich noch Bis die Easy soweit ist Denn es wird einen großen Gemeinsamen Stream geben Ihr habt auch die bessere Leitung Ja Jetzt schon Ich darf mich hier mit meiner 16.000 herumquälen Hatten wir vorher auch So ist es jetzt nicht Okay, was haben wir da oben noch? Gold Irgendwie konnte meine Mutter sich erbarmen Unsere 50er für den Sommer zu holen Oh Ganz was feines Wir gehen so nicht mehr zur Telekom Die haben uns so Die haben so bei uns verschissen Ey, so oft wie die Ausfälle hatten Da ist ja nur Windows öfter abgestürzt Ja gut, also Unity Media hat ja auch ab und an Ausfälle So ist es nicht Wir müssen unseren Router mehrmals neu starten Damit der überhaupt Netz kriegt Solltest du Du hast jetzt voll den Schädel vergessen, ne? Was? Wo ist ein Schädel? Ein Skeletzkal Den habe ich jetzt eingepasst Was will ich damit? Brauchen? Rauchen? Ey Du Ich habe nichts eingesammelt Doch, äh Konzentrierte Essenzbeere Was kann man denn machen? Warte mal Damit kann man gar nichts machen Lol Essen Soll ich mal probieren? Mach mal Wenn ich sterbe, komme ich zu meiner Beerdigung Ich habe ein Herz natürlich bekommen Hör auf, ist doch schon längst vorbei Mann Es ist nie vorbei So Ich würde gerne wissen, wie hoch die Schlucht ist Aber so viele Blöcke habe ich nicht mehr Wo ist denn der ganze Stein? Wie viele Steine habe ich denn jetzt schon wieder verbraucht? Ja genau, das ist es So, ich schwimme mal nach oben Ihr seht jetzt gerade Ich habe keine Facecam an Das fällt mir auch gerade früh ein Ja super Es geht einfach nur darum Dass es mir heute nicht so prickelnd geht Lava Du stirbst jetzt nicht, oder? Nee Und Ja Ich mich dementsprechend auch noch nicht gerichtet habe Und nix Ja Aufgeräumt im Hintergrund habe ich zwar ein bisschen Aber das war es auch schon Das ist überhaupt die Frage, die ich mir stelle Wie soll ich das hinkriegen, dass es hinter der Kamera nicht so scheiße aussieht Aufräumen? Hab ich Aber wenn ich die Kamera jetzt so aufstellen würde Dann würde man da ein paar Bücher Ein paar Ordner Ja, muss ich ja keinen leeren Raum haben Ähm, es wird ein bisschen arg dunkel da oben Bisschen arg dunkel Bist du? Hier oben Hey, ich seh dich nicht! Ha Will die mich verarschen? Wo ist die? Hier Hier Oben Andersrum Wirf mal was runter Ach da! Komm mal Warte Also so groß ist die Schlucht jetzt auch nicht Hoppla Geht eigentlich Passerfahrstühle sind so langsam Ja, ich hätte eigentlich auch schon gedacht, dass ich viel weiter oben bin Bis ich gerade zu dir runter guckt habe Dachte mir, oh, das geht ja eigentlich Eisen Ja, es wird einfach mal ein bisschen gefarmt Muss eigentlich immer sein Ähm, ich komme nicht zu dir hoch Weiter hoch, weiter hoch, weiter hoch Weiter hoch, du Trottel Ja, wie denn wenn ich aus dem Wasser raus bin Mann Stell dich nicht so an Ich habe hier aber noch keine Viecher gesehen, ja? Komischerweise Jetzt werde ich gleich runter geschossen Hier sollte ich mal was hinmachen Auf der 1,9 haben die Skelette ja richtige CSGO-Skills Hm, ich höre ein Skelett auf jeden Fall Da, ich sehe es auch Ich wandere gerade direkt darauf zu, ne? Ist es rechts Ist links neben uns Oh Ich hoffe, es ist mal kein Skeletz-Spawner Ich habe leider keinen Bogen Ich doch auch nicht Zumindest Da sind die Amanten Alles meine Nö Hier drüben nicht So Ich buddel hier mal ein bisschen durch Damit ich mal sehe, wo es hier lang geht Das ist schon wieder zäh Ja, warum sehen Zinnerz und Diamant ähnlich aus? So, was haben wir denn hier? Einmal ein Ein irgendwas Was haben wir denn hier? Ach, hier geht es da weiter Oh, das Skelett kommt Was? Angst Mach halt dazu Oh, lieber ab Jetzt ärgert sich das Jetzt höher noch ein Zombie Ja, ich habe es gehört Mach doch mal einen Block hin Ja, wieder Wenn es zu dir in den Weg steht Ich komme da nicht rüber, ne? Ich komme da nicht rüber, ne? Denkst du ich? Ähm Das Skelett, das Skelett killt Ah Ja, das Skelett killt uns Warum haben wir in der Situation echt keinen Bogen mit? Ich könnte bestimmt einen machen Nein, ich habe kein Holz dabei Äh, ich hätte Ich hätte Ich hätte Stöcker Okay, hier geht es Blöder tief runter Achtung Oh Gott Bin ich hier zerschrocken, hey Kommt langsam so eine Axt auf dich zu Bitzhacke, nicht Axt Ähm, da geht es dezent tief runter Hä, was? Hä? Äh, sag nicht, das ist ein unsichtbarer Gegner oder was? Nee, der Creeper war Hat geglitzert und Dann war es ein Boss-Creeper Mit einem Schlag? Äh, du hast was für ein Schwert? Ein Dia Ja Ja, Creeper sind nicht so stark Aber die anderen Creeper brauche ich auch mit dem Schwert Ein paar Schläge Gold Gold Wieso schaffst du es eigentlich, dass die bei dir explodieren? Ähm Ich habe eine sehr explosive Persönlichkeit Da ist nochmal einer Der kommt gerade hoch Boom Die trägt Na, so Was haben wir hier? Da kommt zwei Skelette Nice Ja, tu mal wegmachen Die schießen sich gegenseitig an What the fuck? Auch nicht schlecht Die schießen sich selber kaputt Das will ich, das will ich einfach nur zu sehen Und jetzt stirbt begleif Wenn sie mehr merken, dass du nebendran stehst Okay, hier ist nichts mehr Oh, wenn sie gewinnt, wer ist gewinnt Okay, hier ist nichts mehr Oh, wenn sie gewinnt, wer ist gewinnt Da, 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 da Du, aber ich sehe so langsam auf die Uhr Wollen wir vielleicht in der nächsten Folge weitermachen Ja, können wir machen Okay Wobei ich glaube, wir dürften noch gar nicht mal volle Zeit erreicht haben Denke ich mal Doch, also Laut meiner Uhr Okay Ja gut Dann beenden wir die Folge jetzt Hey, wake up! Ja Und Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder Wo wir dann hier noch ein bisschen weitermachen Und dann geht es erstmal ans Häuschenbauern Ich habe mir da nämlich schon was rausgesucht Was hübsches Oh Gott, das kann das werden Ja, voll Also somit bis zum nächsten Mal Ciao Ciao